servus liebe world of warcraft freunde willkommen zurück zu einem neuen video auf meinem kanal wir haben mal wieder eine rextreu 40 gegen 40 challenge heute alle klassen mit einem hunter im namen demon hunter und die normalen hunter also dämonenjäger gegen die jäger im alteraktal 40 gegen 40 es kommt zu riesengroßen zerks und da hatten wir schon einige aufeinandertreffen magier und die case zum beispiel und ich finde die videos von rextreu immer ganz lustig in dem fall und ich würde sagen wir schauen direkt mal an was dieses battle zwischen demon hunter und den jägern bringt aktuell wüsste ich gar nicht mal auf wen ich groß setzen würde ich glaube es ist ziemlich eng also nicht so deutlich wie beim magier gegen dingens kirchens gegen todesritter aber ich würde sagen im zweifelsfall eher hunter wobei hier es geht gut ab rextreu macht da immer fünf runden und am ende hast du eine klasse die sieger ist es geht relativ gleichmäßig down 25 dämonenjäger leben noch 27 hunter jetzt das wird ziemlich close die dämonenjäger sterben jetzt alle weg und ich glaube die runde geht an die hunter ich glaube die runde geht an die jäger außer die dämonenjäger gut wenn du tanks dabei hast die könnte es natürlich schaffen jetzt hinten raus noch ein bisschen was rumzureißen aber ich glaube da jetzt wird es noch 12 zu 16 es wird doch viel viel knapper als ich erwartet hatte auf jeden fall ein spannendes duell und jetzt sterben sie weg jetzt sterben sie weg interessant es sind ziemlich viele auf tank der dämonenjäger aber jetzt jetzt ist glaube ich rum ich glaube jetzt ist rum vier dämonenjäger leben noch ja und ich denke damit dürfte die erste runde knapp an die jäger gehen 3 zu 12 steht es gerade zwei der dämonenjäger haben noch full life die scheinen auch afk gewesen zu sein lol die waren gar nicht mit in fight runde zwei das gibt mir mal mit rein auch da wieder die dämonenjäger droppen am anfang ziemlich gut weg 23 zu 28 jetzt für die jäger da sind einige um jetzt holy shit das ging schnell 20 zu 18 jetzt da sind einige runter gedroppt und die dämonenjäger scheinen oder gehen einige weg wieder ich glaube die runde geht an die dämonenjäger einige turtles da sind raus und danach dürften noch ein paar mehr jäger sterben mir 15 zu 5 und hier gesundheitsmehr sieht sehr gut aus und ich glaube damit geht runde nummer zwei an die dämonenjäger noch hier wieder relativ eng wenn da hinten noch einer rumzergt und damit werden die dämonenjäger zum sieger erklärt mit 11 zu 0 am ende runde 3 das wird richtig richtig spannend kommen wir mal wieder hinten ins ende rein 11 zu 7 für die dämonenjäger scheinen sich die purple boys 9 zu 7 das könnten richtig close runde werden weil hier auch einige die man haben da sehr sehr low sind auf der linken seite 8 zu 6 das wird richtig richtig spannend bei den jägern schade dass wir da kein rate frame haben 8 zu 3 und doch nicht ich hätte gedacht das wird closer da müsste ein hunter noch sterben 8 zu 2 7 zu 2 die dämonenjäger scheinen sich zu fangen und gewinnen runde 3 ich hätte gedacht da geht es noch mal richtig runter weil hier einige tanks ziemlich low life waren aber scheinbar haben sie es dann doch geschafft sich zu halten die eben auch schon mit diesem buff hier immer in den kampf gegangen habe ich gar nicht drauf geacht ja sind sie okay runde vier die dämonenjäger könnten jetzt also das duel dicht machen wobei es jetzt hier wieder deutlich besser aussieht für die hunter 22 zu 10 so krass wie viele schüsse da durchs bild scheppern ja das dürfte eine deutliche sache sein ich denke mal dass wir das 2 2 und damit skippen wir ja skippen wir zur letzten runde und schauen mal eure tipps in den chat an dieser stelle ich gehe für die dämon hunter mit jetzt an der stelle dämon hunter we trust weil sie jetzt hier hinten liegen 29 zu 34 damit 27 33 ja da geht ein hunter da muss aber jetzt ein bisschen mehr kommen da braucht es eine aufholjagd vor allem wobei es leben noch sehr sehr viele tanks nur zwei drei jetzt davon tot vielleicht ist das hinten raus von vorteil da die sich unter umständen wieder hochziehen könnten 18 zu 26 jetzt das sieht wieder nicht so gut aus 17 zu 26 richtig richtig dickes los hier am start kommen gar nicht wirklich vorwärts und ich befürchte mein tipp wird doch nicht aufgehen 13 zu 21 das wird wahrscheinlich nichts mehr und damit dürften die hunter gewonnen haben lege ich mich jetzt an dieser stelle mal fest muss ich sagen war glaube ich mit das spaßigste duell was rextroy da wieder veranstaltet hat und ich kann nur sagen wenn euch solche videos in der art gefallen folgt ihm auf jeden fall ich finde es immer wieder cool was er da alles so zusammenbringt und für events macht ist immer ganz cool zu sehen ich würde mir mal wünschen für das nächste ja die hunter gewinnen für das nächste wäre geil 40 night fey eulen gegen 40 venti eulen oder so und dann alle schön die convoke durchscheppern das fände ich glaube ich ganz nice zu sehen würde mich mal interessieren aber gut in diesem sinne ich hoffe das video hat euch mit spaß gemacht wie gesagt guckt auf jeden fall bei rextroy vorbei props an ihn ich liebe seine videos und ich muss sagen einer der besten wo w content creator die noch aktiv sind damit danke fürs zusehen bis zum nächsten video reingehauen